Na klar, das mache ich. Vielen Dank. Du kannst die Höhle hier finden. Der Ort wurde auf der Gartenkarte markiert. Danke, ich bin gleich zurück. Viel Glück. Ach, mit Glück hatte ich nichts zu tun. Äh, Quatsch. So, hier nicht. Ah, okay. Dort ist das also. Na dann, wenn wir da mal hingehen zur Höhle. So, da hin. Na, das ist ja nicht weit die Höhle. Dann geht es ja. Können wir Cell eigentlich auch suchen hier? Hey, was haben wir denn hier für welche? Komm nicht näher. Wir trauen Menschen nicht. Ja, hey. Immer mit der Ruhe. Ich habe überhaupt nichts getan. Ich brauche was in der Höhle. Du bist hier, um dich über uns lustig zu machen, oder? Raus hier. Die sind ja ganz schön aufgeregt. So kann ich die Pilze auf keinen Fall finden. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Nein. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben. Aber ich schätze, mit einem Menschen reden sie nicht. Obwohl ich keiner bin. Aber ich will sie hier nicht so zurücklassen. Meister Köter kann ich auch nicht herbringen. Der ist viel zu alt dafür. Ja, ich frage besser O-Long. Mal sehen. O-Long. O-Long. Da ist er. Dann. Warum hast du mich hier hergebracht? Hier will ich nicht sein. Och, jetzt komm schon O-Long. Du hast doch nichts Besseres vor, oder? Ich könnte deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ich habe zwar nichts Besseres zu tun, aber trotzdem. Hier gibt es keine Mädels. Du siehst nicht aus wie ein Mensch. Hast du auch Animophilien genommen? Was? Ich bin so geboren. Hm? Du wurdest so geboren? Dann hast du noch mehr gelitten als wir. Nanda yo. Also, was ist mit euch? Es sieht zwar nicht so aus, aber wir waren mal Menschen. Wir wollten zu Tiermenschen werden. Also haben wir Animorphilien genommen. Jetzt gibt es kein Zurück. Ja, und jetzt, wo Animorphilien nicht mehr in ist, sieht man keine Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen, machen wir uns zum Gespött der ganzen Stadt. Bitte, du musst uns helfen. Finde eine Möglichkeit, uns wieder menschlich zu machen. Was auch nennen, unternimmt man da, Songoku. Das ist eine harte Luz. Wenn ihr wieder normal geworden seid, lasst ihr mich in die Höhle, oder? Ich suche nach Pilzen, die da drin wachsen. Ja, klar. Meine Freundin Bulma weiß vielleicht, was man machen kann. Ich frage sie. Du wirst uns helfen? Boah, ich werde tun, was ich kann. Danke fürs Zuhören, O-Long. Moment mal. Das ist schon alles? Dafür hast du mich den weiten Weg herher gesteppt? Okay, lass uns zurückgehen. Äh, bist du etwa taub? Nein. Songoku ist nur ein bisschen naiv und schnell. Songoku brachte O-Long zurück zur westlichen Hauptstadt. Ja. Mann, ich bin doch kein Werkzeug, das du einfach wegwerfen kannst, wenn du es nicht mehr brauchst. Hey, sag nicht sowas, okay? Du musst es doch gar nicht tun. Du bist immer noch genau wie immer. Erst ziehst du andere in deine Probleme hinein und dann tust du so, als wäre das alles kein Problem. Tue ich das? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wie dem auch sei, lass uns zur Bulma gehen. Genau, das meine ich. Alles klar. So, dann gehen wir mal zum Bulma. Wo ist sie denn? Da nicht? Da ist sie. Äh, Bulma nach den Animorphalien fragen. Hey, Bulma. Jaho. Oh, Songoku, was führt dich denn hierher? Weißt du etwas über ein Mittel namens Animorphalien? Natürlich, das ist ein von der Firma Magische Medizin entwickeltes Serum. Wenn man es nimmt, verwandelt man sich in einen Tiermenschen. Das war damals total angesagt, als ich 10 oder so war. Selbst der König der Welt hat es genommen und wurde zu einem Tiermenschen. Nani? Soweit ich sagen kann, nimmt das Zeug niemand mehr. Warum fragst du? Ich habe ein paar Typen getroffen, die eine extra starke Version genommen haben und Tiere geblieben sind. Extra starkes Animorphalien? Nie davon gehört. Was ist mit dir? Weißt du etwas? Ich wurde nur dazu erschaffen, Songoku zu vernichten. Ich werde ihm nicht helfen. Komm schon. Mir kannst du es doch sagen. Songoku braucht gar keine Hilfe, sondern die Tiermenschen. Na schön. Songoku, geh mal spazieren. Vielleicht sagt er es mir, wenn du weg bist. Was? So, so besser? Viel besser. Ich schulde dir etwas, also werde ich das dir sagen. Gut, Songoku ist weg, also immer raus damit. Laut meinen Datenbanken hat die Red Ribbon Armee minderwertiges Animorphalien verkauft, um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Ach wirklich? Glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo eingelabert? Das war vor mehr als 10 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist. Hm. Wenn ich doch nur Tests mit diesem minderwertigen Animorphalien durchführen und eine Möglichkeit finden könnte, die Wirkung aufzuheben. So sieht es also aus. Tut mir leid, aber diese Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen. Von oben? Das wird nicht... Moment. Warte, ich wette, Mr. Popo weiß etwas. Hey, Mr. Popo, hast du eine Minute? Ich muss was mit dir besprechen. Ja, was ist denn, Songoku? Danke. Danke. Es gibt dieses Mittel namens Animorphalien, das Leute zu den Tiermenschen verwandelt. Ein paar Typen haben eine schlechte Mischung erwischt und sie sind immer noch Tiere. Kannst du ihnen helfen? Hm. Wahrscheinlich. Ich kenne ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten und jemand muss mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubauen. Verstanden. Ich finde die Zutaten und Bulma hilft dir bei der Zubehaltung. Genau das brauche ich. Hochwertiges Kraut, das haben wir. Fleischige Flussschnecke, das könnten wir auch schon haben. Grünes Gazellengeweite, das könnten wir vielleicht sogar auch schon haben. Wenn du mal nicht genau weißt, was ich brauche, frag mich einfach. Alles klar. Danke, Mr. Popo. Ich glaube, das haben wir schon alles, oder? Das haben halt Son Goku, die benötigten Gegenstände. Nee, Flussschnecken, okay. Ähm, die Flussschnecken, die gibt es ja bei Son Goku zu Hause. Am Fluss, ne? Deswegen heißen sie Flussschnecken, würde ich sagen. So. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Flussschnecken finden. So. Ja. Bis jetzt ist ja noch nichts hier. Agrar Ausbeute auf jeden Fall. Was haben wir hier? Rumgekrebse, Kraut und Kraut. Fluss, Flussgarnele. Okay. Also wir sind schon nah dran. Vielleicht gibt es ja hier auch noch welche. Flussgarnele. Was? Flächige Flussschnecken, sehr gut. Da haben wir sie. Jetzt brauchen wir noch eine goldene Gazelle. Na geil. Soll ich jetzt noch eine goldene Gazelle auftreiben? Ich habe keine Ahnung, wo ist die Gazelle. Wann mal. Wir haben doch unser unsere Enzyklopädie. Äh, ja. Einträge, sehr gut. Ähm. Tierverzeichnis. Gazelle. Äh, schwarze, goldene Gazelle. Ähm. Wo gibt es die denn überhaupt? Kommt auf der ganzen Welt vor. Okay. Äh, so richtig steht da nichts dran. Schade. Ich dachte, da steht auch drin, wo man sie finden kann. Äh, aber anscheinend nicht. Dann gucke ich mal hier. Vielleicht finde ich da ja welche. So. Was brauchen wir? Goldenes Gazelle. Wie mein. Dann müssen wir uns echt mal umschauen. Ich habe echt sonst keine Ahnung, wo man goldene Gazelle bekommt. Da sind Gazellen. Oh, da ist keine goldene Gazelle dabei. Da drüben sind auch noch ein paar. Oh, da sind auch keine goldene Gazelle dabei. Hm. Hier ist noch eine D-Medaille. Die nehmen wir noch mit. Wenn wir schon mal hier sind. Was? Das ist schwierig. Goldene Gazelle. Ich habe mir wohl nichts anderes übrig, als hier überall mal ein bisschen umzugucken unten. So, wo haben wir denn? Hier sind nicht mal Tiere oder sowas. Da ist Lunch. Okay, da sind auch noch. Na. Hier ist auch noch keine goldene Gazelle. Dann gehen wir mal hier hinten hin, wo das Tier sich hingepackt hat. Aber ich glaube, hier gibt es keine Gazelle. Nein. Hier nicht. Hm. Das ist schwer. Wo könnte es noch Gazellen geben? Vor allem auch goldene Gazellen. Hier ist ja nichts. Nichts. Nein. Keine Gazelle. Hm. Ja, gut, dann gehen wir mal woanders gucken, würde ich sagen. Ähm, wo könnte man denn noch gucken? Dann nicht. Hier vielleicht noch. Gehen wir mal hier gucken. Hm. Aber ansonsten wüsste ich halt nicht wirklich, wo ich ganz hellen finde, vor allen Dingen. Okay, kein cooles Ding hier. Ja, ist jetzt gut. So, der erste ist gleich weg. So, eins. Dann kann der Urloh, der Urloh ist Urloh und wegfallen. So, der ist auch weg. Und der blaue Pflanz kommt auch gleich. Na, komm ich schon. Ja, nee, wie soll ich wiederholfen, wenn ich mich wiederholfen habe? Seholt. Bis zum nächsten Mal.